Amster und Rompfe Joke jetzt SlenderTubbies SlenderTubbies Sagen Hallo und herzlich willkommen Mit der Hamster und dem Rompfe sind wir hier bei SlenderTubbies Hallo, 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 hallo Ja Tolle Begrüßung, Hamster Ja, vor mir auch erstmal ein herzliches Willkommen hier in Slendytubbies Ui, aber wir können sogar springen Sind wir hier auf dem Mond, oder was? Uiii Uiii Ja, eine Parodie, würde ich schon fast sagen von Slender Mit Deletubbies Hamster, du bist ein bisschen fett Ja, musst du gerade sagen Ja, unten Von mir sinds ja alle gewöhnt Ja, super So, und jetzt Wollen wir losgehen? Jo So, wir können das nur noch mal so gesagt haben Kann da auf BN-Kanal sehen Aus beiden Sichten so Bei Rompfe sogar mit Skrimm Und, ja, wir fangen auch jetzt Ich drück jetzt auf starten und dann gehts so los und so Ach, starten wir noch gar nicht Ach, jetzt gehts los Jetzt gehts los Komm, wir laufen auf Wo müssen wir denn hin, weißt du das? Hast du einen Plan? Ne, aber du fliegst da souverän rum her Da, fuck Gut, dass du alles früher siehst als ich Ah Okay, was ist das da? A player has Ah, wir müssen so komische Kuchen sammeln Hast du Sound? Ja Ja, aber nur ein bisschen Ich hab gar keine Musik Kannst du nicht ganz so leise drehen sollen Ich muss gar keine Musik Schöner Baum Ähh Kram, krass Da ist noch so ein Ding Ah, oh, wir sind OP Zwei Stück Meiner Aber so wärs Bam Da, hier hast du auch eins von zehn Fuck Wo bist du? Da, wo das wichtig ist Hallo Hallo Hi, hi, hi Das ist so als würde man hier langschweben So wooo Wow Was war das denn? The fuck Also wir spinns grad zum ersten Mal Wir haben 20 Minuten versucht zu connecten Boah Total der Scheiß Ja, also so voll keine Ahnung Und mir ist es mein Video dazu angeschaut Weil Wir sind voll die Noobs und so Und ähh Kriegen nichts Geschissen Vorhin waren wir noch voll OP Jetzt sind wir voll die Noobs oder was Weiß ich auch nicht Keine Kuchen mehr hier Hallo Kuchen Ajo Ich hab Hunger Wir müssen so einen Bäckerladen finden Und so Ja bitte, wir hätten gerne sieben Kuchen Wow Nein Okay Okay Kuchen wir mal hier lang Wow Alter Ich hab mich vor dem Bomben mehr erschreckt als vor den Bildern Ich guck einfach nur gerade aus Ich hab auch Slender gelernt Ja Ja Neverlock Behind you Oh Hm Nix hinter uns Hinter uns ist nix Hinter uns ist nix Okay, du bist so die Rückendeckung oder was? Ja genau Ich äh Ich deck dir den Rücken Bäh Nicht vom Weg abkommen Nicht vom Rechte Weg abkommen Alter, diese Scheißdinge da, ne? Oh, du hast ein Ding gefunden Bäh Alter Ach Mann Ich will ja gehen nochmal auf den Sack Sollen wir vielleicht vom Weg runter? Wäre glaube ich mal gut, oder? Äh, das ist... Die Spiele sind meistens immer so, dass man irgendwo entlang muss Irgendwo hin Einfach mal hier links Da ist so n Ding Hä? Wo bist du? Ach da Ich steh dich Ich steh dich auch Da war so n Kuchen Weh Haben wir drei War da grad was? An sich Hast du zwei Und ich hab drei Ich dachte wir würden das zusammenspielen Aber irgendwie macht das Ding das nicht Nicht? Keine Ahnung Also wir laufen hier zusammen Wissen Sie, jetzt hast du... Hallo Baum Auch drei Was ist denn das hier für ein Wald? Alter, was... Hast du das Vieh gesehen? Ja, was war das? Mami, ich hab Angst Und ich hätt vor der Aufnahme mal... Wie hieß der Lila noch? Hm? Tinky Winky und Dipsy waren die anderen Binnen Tinky Winky war der Lilane, Dipsy war der Blaue, Lala war die Gelbe und Po der Rote Der Po ist rot Heheheheh Heheheh Heheheh War nicht Tinky, äh, 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 der Grüne? Ne, Dipsy war der Grüne Wow Wow Alter Die Bilder nerven ein bisschen Das ist kein Spiel für kleine Kinder Wo bist du? Am Start? Ich komme, ich komme Ach da Hu 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 Sag, wenn du nicht mal gerade ausläufst Ja, hier ist aber so irgendwie auch gar nichts, ne? Ne, irgendwie... Wo ist der Weg überhaupt hin? Also, das Gelände ist sehr groß, muss ich sagen Ja, ziemlich, ne? Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet Warte mal eben, ich lauf mal einfach jetzt gerade aus Ich guck mal eben wegen der Uhrzeit Ja, 5 Minuten haben wir jetzt Ist echt, als ob wir hier schweben würden Wui Hä? Wui 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 Das zählt voll dämlich aus, wie du hüpfst Hüpf mal Hehehe Wui Wui Das Spiel ist geil. Es braucht gar nichts mehr, ey. Na ja, weiß nicht. Was machst du da? Sollte man sich nicht auch irgendwie vor irgendwas erschrecken oder so? Außer jetzt die Bilder, die sind jetzt mal nicht so ruselig, außer dass die random appearen. Weg, weg, weg. Nein. Nein. Nein, das ist abends. Wir können rennen, wir können rennen. Ich suche ein Schrei. Du schreit mich an. Wo bist du? Komm doch raus aus dieser Satzkasse. Es ist hinter mir her. Alter, ja bei mir auch. Fuck hey. Alter. Ich werde nicht mehr. Wo bist du am Start? Wo bist du? Ich bin zu dieser Satzkasse und jetzt bist du noch nicht mehr. Ah, das nächste. Ich bin rechts raus. Wo bist du? Erst. Ich komme, ich komme. Ich suche irgendwie nach ihm. Ich habe keine Ahnung. Da, ich sehe dich. Hau ab. Ich will nicht mehr. Ich bin mit dem Tartier. Ich renne nur noch gerade aus. Verratet es mich an. Oh nein. Das hättest du voll so oft gegessen oder so. Das ist ein Baum, da waren wir schon mal. Ach, da bist du. Hallo, Hamster. Komm, komm hier. Mein Herz, mein Name. Aber ich glaube, das war in zwei, oder? Keine Ahnung. So wie, so was muss man hier sich erschrecken? Nein, hier gibt es nichts mehr über Schrecken. Nein, das ist voll das schönige Spiel. Alter, kleine Mistviecher. Mann. Wo sind wir denn vorhin hergekommen? Ich weiß es nicht. Vor allem, wo sind jetzt die Kuchen? Guck mal, ob sie da sind. Hä? Ich glaube, das ist einer, oder? Der kann genauso wie der Slenderman sich herumporten. Nee, der ist mir nah, die ganze Zeit. Du hast doch genauso geschrien in dem Moment. Scheiße. Für jeden einen was? Boah. Ich habe mich jetzt auch noch vor dem Baum erschreckt, ey. Alter. Boah, ich sucht dann immer zusammen und dann wackelt die Kamera immer. Normalerweise verziehe ich keine Mine, aber boah. Ich erschrecke mich dann so immer nicht und bleibe so wie gefriest. Ich sitze dann so gefriest, Hilfe. Bei mir ist es meistens, wenn ich so quietche oder so schreibe oder sowas, dann zucke ich immer mit dem ganzen Körper so, so. Das habe ich nicht, aber bei mir einfach nur das hier als BAM. Hinter uns, ist das Viech da? Nee. Oh, das Wasser. Meer. Das ist ein Kuchen. Freiheit, wo? Da rechts. Lass uns wegschwimmen. Da ist ein... Ah, es ist aufgestanden! Es ist aufgestanden! Es ist umgefallen. Ja, warte eben, Hamster, warte, warte, warte. Da bin ich noch von der Lade erschreckt, als er aufgestanden ist. Scheiße, ey. Boah! Boah! Oh! Vielleicht hätten wir lieber so gemacht, dass jeder immer die ganzen Kuchen einsammelt und dann der nächste. Oder so. Ach, keine Ahnung. Also, es gibt auch einen Versus-Modus. Ja, da macht Sinn, dass man verschiedene Kuchen... Oh, das ist hinter dir! Das ist das! Fick dich. Fickst du auch noch? Nee, ne? Nee, ich bin tot. Dann müssen wir es nochmal probieren. Das waren 10 Minuten. Ja, machen wir doch einmal. Ja, da sind wir wieder und ich starte das Spiel. Yeah! Oh, und der Hamster hat einen ganz tollen Plan. Ja, wir werden jetzt versuchen, dass... Äh... Äh... Dings da. Dass... Äh... Soll ich dir jetzt auch noch einsammeln, oder? Wo? Die Kuchen. Wo ist denn da noch ein Kuchen? Nee, ich mein, bei mir liegt er da noch. Ja, wir müssen jeder einsammeln. Ach so, die siehst du auch noch, wenn ich so eng sammeln darf? Ach so, okay, okay. Dann, dann müssen wir darauf achten, dass jeder alle Kuchen kriegt. Nee, ach nee, hab ich doch gesagt. Ja, hast du? Ja, hast du. Ja, ich mein jetzt so... Aber warst du... Schnell, ich mein jetzt... NASTOS DA RACHEL! Ich glaube, da war das andere Ding. Ja, und es sind definitiv zwei. Wo bist du, Hamster? Vor mir. Bin vor dir weggerannt. Du bist vor mir weggerannt? Wieso denn vor mir? Stand da zwei? Ein... Wow. Das war ein Tipsy. Das war zwei. Stand da zwei, oder was? Ja, da waren zwei. Da ist so ein Ding, sieh. Was ist das für ein Feuer daneben? Und was ist das? Da ist noch so ein Ding. Ich weiß nicht. Wo bist du, Hamster? Noch ein bisschen... Ich würde es gerade sagen, du bist noch da. Ich bin noch bei dem Rauchding, bei dem ersten. Ach, da bist du. Das ist auch so eins, da steht das rum. Sind das nicht diese Dinger, die bei den Teletabys immer aufs Dembooten kommen? Diese Rohre oder so? Ich habe mich empfohlen, ein Dinger, Dings. Ich glaube, die waren so rund oben. Ich habe keine Ahnung. Boah, ey, schon ewig her, dass ich die heiße geguckt habe. Warte mal, bei mir sind es so ungefähr 16 Jahre oder so. 16, 17, 18 Jahre. Ist inzwischen auch abgesetzt, die Sendung. Weil das zu homoerotischen Szenen hat oder so. Ja, und zu Verblödung führen soll. Waren die Amis. Da muss man sich nichts bei denken. Wobei, ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass es irgendwo noch läuft. Wo, ich glaube, der ist irgendwo. Die sind, glaube ich, sind die hinter uns? Nö, ich will nicht gucken. Ich sehe nichts. Gucke. Der muss doch irgendwann mal nur wieder so ein Kuchen sein. Boah, jetzt habe ich mich schon fast vor dir erschreckt. Bist du noch da? Ja, ich bin hier. Ja, da lang. Da lang, immer weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Oh, je, je. Wie, Endplayer, hast du einen Kuchen? Wo hast du einen Kuchen? Ja, da ist ein Vieh, da ist ein Vieh, da ist ein Vieh. Da war es. Da bist du tot. Ne, ich lauf gerade weiter. Bist du hin? Ich bin einfach gerade hinterm Baum gelaufen. Baum hinterm was? Da ist das Vieh. Hier ist ein Kuchen. Wo ist der Rompi? Wo ist der Rompi? Wo ist der Rompi? Steh dich nicht. Steh dich auch. Fick dich. Lass mich in Ruhe. Bin ich wieder an dem ersten Baum. Bin beim Baum. Oh, ich hab die Rompi. Hallo. Da ist der Rompi. Dreh unten. Oh, der Rompi. Da ist der. Der kommt aus meiner Richtung. Zwei Frontenangriff. Komm, Renn. Ich komme. Es ist doch unnormal. Da ist noch einer. Den hatte ich schon. Gut. Da, da. Mann, ey. Ich will nicht mehr. Okay, mal gucken, ob sie noch bald da sind. Nein, ich sehe mal nix. Da ist wieder das Flusszeug, oder? Ja. Weiß es nicht. Ist hier wieder Lala? Bestimmt. Hayo, Lala. Ja, schön wieder. Hayo. Das ist umgefallen. Das hat sie umgehauen, meine Schönheit, ja? Absolut. Total, ja. Ich bin doch so ein schnickes Kerlchen. Oh, Mann. Kann man eigentlich durchs Wasser? Probier mal, ob du das auf den Fuß. Die sind hinter uns! Rompom, rom, rom, rom! Es verfolgt nicht ins Wasser! Ich kann nicht laufen. Nee, jetzt kann ich. Ich auch nicht. Warum nicht? Ach, das ist eine Mauer. Oder was? Ach, hier ist eine unsichtbare Mauer. Im Wasser, oder was? Nee, am Land. Ah! Nein, ich bin in der Sackgasse. Fick dich. Schreit mir ins Ohr. Komm, komm. Ja. Das ist doch hier irgendwo am Wasser noch. Das ist wegen der Ruhe. Nein, ich bin schon weg. Ich lauf gerade vor dem Viech weg. Oh. Das Taschenlampe kannst du ausmachen. Ja, ach, nee. SOS, SOS! SOS, Affenalarm. Zehn dir raus. Dann pass du da auf. Dann fallen Affen raus, oder so. Wo ist meine Rompe? Der Rompe läuft gerade irgendwie. Ich glaube mal wieder in die andere Richtung. Noch hinter mir? Ja, okay. Es ist noch hinter mir. Es ist noch? Meins ist weg. Ja, es ist noch. Meins ist noch da. Wo bist du? Bin dann auch so in der Nähe von dem Wasser ein bisschen. Bleib mal da. Ich komme mal in die Richtung. Geht jetzt auch bald wieder die Sonde auf? Nein. Jetzt bin ich wieder am Wasser. Bin beim Wasser. Wo bist du denn? Du hast einen Kuchen gefunden. Hab ich. Gantt doch. Ich habe keinen gesehen. Ich glaube gerade das Wasser entlang. Ich auch. Ah, da ist ein Vieh. Wie, wenn du ins Wasser entlangläufst? Ich laufe auch gerade das Wasser entlang. Wie geht das? Was hat das so geplatscht? What the fuck? Ah, da bist du. Hallo. Hallo. Komm weg. Da ist mein Vieh. Das verfolgt mich immer noch. Okay, dann sollten wir laufen. Lauf du mal vor. Okay, bleib aber hinter mir, ja. Aha. Uh, ein weißer Knackarsch. Oh, amst du. Das machen wir dann nach der Aufnahme, ne? Ja, 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 ja. Sind die noch hinter uns? Ich sehe jetzt keinen. Ungefallener Baum. Oh. Was los? Das Spiel ist komisch. Haben wir aber auch gar keine mehr Bilder und so, ne? Das war am Anfang viel häufiger. Stimmt, jetzt allmählich nicht mehr. Wir haben uns genug erschreckt. Also den Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. So, wie ist es aus? Es ist momentan in der Demo, Beta, was auch immer. Da steht sich mit einer Sackgasse aus. Da war ein Bild. Keine Bilder. Da habe ich mich vor dem Ast erschreckt. Da habe ich mich vor dem Ast erschreckt. Da dachte, da hängt jemand. Ganz gut gemacht. Im Gegensatz zu... Warum stehst du jetzt hier rum? Ah! Ich laufe einfach weiter geradeaus. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Ich bin auch geradeaus. Es hat geleckt bei mir. Und dann waren die Viecher auf einmal aus dem Nichts da. Und... Wo bist du? Ich habe einen Kuchen gefunden. Wow. Da war so ein Bild. Ja, es ist noch hinter mir. Oh, ich sehe deins, das dich verfolgt. Ja, oh, oh, das ist... Ja, chill. Ist noch hinter mir. Dann musst du irgendwo da vorne sein. Da ist ein Baum. Ja, da bin ich gerade dran. Ganz gut finde. Ja, ich habe dich gefunden. Was ich gut finde, ist das sowieso... Ist das viel noch hinter mir? Ja, ja, die sind hinter uns. Da ist noch ein Kuchen. Dass sie das so gemacht haben, dass man auch wirklich... Alles gemeinsam sieht. Nicht so wie bei den Survivor Games. Das Ding ist da. Haben sie gut gemacht. Ah, das ist nicht hinter uns. Aber ich habe momentan noch keine Schreie gehört. Das beruhigt mich. Nicht schon. Weil bei dem anderen ist es so, dass es... ...nacheinander erst meistens kommt. Lol, da ist das Haus. Ah, da ist der Kröne. Mit Kopfab. Lol. Da ist ein Kuchen drin. Ah! Bin tot. Ja! Hast du Aufnahme noch an? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es dann. 20 Minuten haben wir. Ja. Ja. Ah, das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist gruselig. Jetzt kommt schon wieder so eine komische Musik und macht uns unsere Verabschiedung kaputt. Die Musik ist schön. Ja, Leute. Das war es mit Slendytubbies, Slendytubbies, Beta-Version 2. Hamster, was sagst du zu dem Spiel? Es ist gruselig. Musik macht mich ganz kirchig. Aber nicht schlecht gemacht, sagen wir es mal. Also, dafür, dass es momentan deine Beta ist, finde ich es echt gruselig. Könnte, könnte spielen. Ja. Inke in der Beschreibung. Was? Wer weiß, was da noch so kommt. Nee, der Staubsauger. Nein, der Staubsauger. Auf Doom! Oh, die Musik macht mich wahnsinnig und die wird mich einsaugen. Okay, sie ist weg. Dann kann ich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!